Ich schau mir das auch das Spiel an und wir sind uns ja meistens in der Beurteilung dieser Spiele auch einig. Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Die Schärfe bringt ihr doch ein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja, ich hab doch keine Schärfe jetzt da reingebracht. Ja, du nicht. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken und bist schön locker. Also in Island gibt es kein Weizenbier zu meinem, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch kein Weizenbiertrinker. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt mit dem Stil weitermachen wollen.